So Berger, ich glaube wir bauen jetzt das Zelt auf, oder? Bester Platz? Der scheinste. Der scheinste Plot. Passt. Scheinste Plot. Das kann nicht länger dauern als 5 bis 7 Minuten, dann steht das Ding, oder? Maximal. Wo ist denn da das Zelt eigentlich? Kehrt, da ist es zum Zelt? Nein. Da haben wir einen Plan noch, gell? Ja, das nimmt ja schon Formen an. Das schaut schon fast wie ein Zelt aus, gell? Also, ich schlafe, glaube ich, im Auto. Im Prinzip war das jetzt einmal absolut umsonst, was wir bis jetzt gemacht haben. Ist ja eh Tudel einfach, oder? Überhaupt kein Problem, oder? Ja, bitte! Erstes. Kannst du dich schon hineinbringen? Warum schlafen wir nicht im Auto? Wo kommt das Innenzelt hin? Außen? Ja. Ja. Dafür heißt es ja. Innenzelt. Wer hätte das gedacht, dass das heute mal steht? So lange haben wir nicht gebraucht, oder? Nein. Nein. Gott sei Dank sind wir wirklich voreinbruch der Dunkelheit noch fertig geworden, gell? Eins muss ich dir schon sagen. Ja. 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 Ich bin bekannt. Passt. Das war auch gut. Das war auch wichtig. Das hat einmal gedacht gehört. Passt, Berger. Gehen wir liegen, oder? Gehen wir liegen. Ja gut. Das ist gescheitere. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut mein Bruder. Schlaf gut. Wann können wir dich dann aufwecken, gell? Okay, passt. Vierte. Gute Nacht. Du. Aufstehen. Aufstehen. Hallo. Was? Was ist? Komm, stell auf. Wir haben heute noch viel vor. Was ist? Komm. Ja, ich komm eh schon. Zau. Ja, passt. Ich muss immer warten auf dich. Ja, passt. Immer viel vor. Ich komm schon. Danke, Berger. Danke, Berger.